Papa, Papa! Ey! Ihr Stimmt, nur ihr Penner! Man schießt hier auf Menschen! Stopp, stopp, stopp! Sie hätten nicht sterben können! Da sind wir zum Spannend. Hast du denn Wein? Nee. Habe ich im Auto vergessen. Ich gehe noch mal los. Ja. Tue ich ein Paket angenommen für Frau Pabke, weil sie klingelt, steht hier. Okay. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.